Guten Morgen. Klimawandel und Atomkraft. Wunderbar. Ich zeige euch dann und das verlinke ich euch ganz zum Schluss auch nochmal und natürlich unten in der Videobeschreibung. Wie fit ist Atomkraft für den Klimawandel? Fragt Simeon Preuß. Ich habe den Mann abonniert, weil er wirklich sehr fachbezogen und vernünftig argumentiert. Natürlich auch gegen solche Urachreihe von Grün, Rot und sonst was für Leuten, die gegen Atomkraft sind. Aber das ist wie immer, wenn man nichts weiß, dann fällt man irgendwelche Urteile aus dem Bauch heraus und aus dem Bauch heraus kann man nur urteilen, wenn man irgendwie wenig oder schlechte Erfahrungen bzw. eingetrichterte Erfahrungen hat. Was auch immer. Natürlich wird überall auf den Klimawandel nochmal hingewiesen und so weiter und so fort. Und wichtig, mir kommt es vor allem darauf an, dass ihr dann jetzt, müssten gleich die Links erscheinen, auf dieses Video geht und euch bildet. Denn Simeon Preuß erklärt wunderbar die Lage erstens, zweitens, wie ein Atomkraftwerk funktioniert und geht eben auf solche Sachen ein, die alle wichtig sind, um wirklich dann auch aus dem Bauch heraus, weil man nämlich mehr Wissen hat und natürlich von seinem eigenen Verstand urteilen zu können, wie die Lage ist. Na dann, passt ja wunderbar zur heutigen Zeit. In diesem Fall macht was, guckt euch das Video von dem Simeon Preuß an und ob ihr da abonniert oder was auch immer, ist vollkommen egal. Der Mann, der kann es sehr gut erklären. Ich glaube, der ist auch Physiklehrer, ein Kollege sozusagen und hochverjährt von mir. Wunderbar, einwandfrei, wie er es macht, ohne allzu sehr zu übertreiben. Ich finde es gut. Na dann. Also, macht was, aber macht es gut. Bis dann. Tschüss, tschüss.